Ihr seht hier den Gitarrenkoffer GEWA Masterpiece Deluxe. Dieser wird in Deutschland in der GEWA-eigenen E3-Manufaktur hergestellt. Dieses High-End Case eignet sich hervorragend für hochwertige Dreadnought-Gitarren. Die extrem widerstandsfähige Schale aus 100% Carbon garantiert volle Sicherheit für Ihr Instrument bei einem Gewicht von nur 3 kg. Der edle handgenähte Echtledergrift ermöglicht ein bequemes und elegantes Tragen. Zusätzlich sind noch zwei gepolsterte abnehmbare Rucksackriemen im Lieferumfang enthalten. Diese sind doppelt gegen versehentliches Lösen gesichert. Die schwarzen Schlosser und Beschläge runden das edle Erscheinungsbild ab. Das mittlere Schloss ist mittels einer Zahlenkombination abschließbar. 13 Standfüße gewähren sicheres Abstellen in verschiedenen Positionen. Das Innere des Masterpiece Deluxe ist mit einer hellen Premium-Sant-Fütterung ausgekleidet, welche die Gitarre sicher vor Erschütterungen und Beschädigungen schützt. Das geräumige Innenfach mit Deckel bietet ausreichend Stauraum für Zubehör. Der GEWA Masterpiece Deluxe eignet sich hervorragend, wenn man auf der Suche nach einem eleganten, stabilen und leichten Koffer für ein Instrument der Premium-Klasse ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017